Hey Freunde, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Nicht heute am hängen. Heute morgen PC, wir spielen nämlich unsere Pony World 2. Wenn ihr noch mehr vom Pony World sehen wollt, lasst unbedingt Abo, Like, Glocke. Genau, wie immer. Wir spielen nämlich heute nämlich Workshop Levels. Wer jetzt zufällig Pony Bridge hat, wenn ihr jetzt ein Level gebaut habt, könnt ihr mir jetzt irgendwann noch schreiben, wie es heißt, aber jetzt nicht. Wir schauen direkt mal mit dem Level an, jetzt tun wir doch die Level, die sehen ja so nice aus. Wollen wir das Level machen? Hä? Wie soll man das schaffen? Okay Leute, das ist... das verstehe ich nicht. Also manchmal verstehe ich echt nicht und weiß nicht, wie ich die machen soll. So anstrengend sowas? Nee, sorry. Ähm... Ich hab aber grad keinen Bock irgendwie, um was zu machen. Übrigens, ähm, genau... Genau, also... Ich werde allerdings auch morgen, äh, werde ich mit einem Freund morgen einen anderen Game aufnehmen. Ähm, ähm, zwar ein anderes Game. Und zwar spielen wir morgen eure Tribe. Ja, was ich immer versucht habe, aber heute, aber dann habt ihr eine bessere Ansicht und so. Und dann wird das Ganze noch im Convoi gemacht. Sogar ohne Mods. Und weil es dann einer zufallen sollte, wäre doch... Ich wollte eigentlich... So. Und geschafft. Das Level war echt einfach. Also, kann ich ein Light geben. So, jetzt gehen wir mal wieder in die Workshop Map. Ähm... Jungs, das sind Levels. Machen wir mal eben... Wollte... Eine Sekunde, Leute? Oder nee? Oder nee, lass... Speed? Wieso heißt das Speed? Was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn hier machen? Wahrscheinlich aufbauen. Wieso Hydraulik, hä? Wieso wieso Hydraulik? Was soll ich denn hier machen? Das war so zufrieden. Ich hoffe, ich werde hier nicht noch die Teacher geladen haben. Ich bin da vorne dran. Ich bin da dran 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 ist. Total foarteень. Richtig. Aber jetzt machen wir mal weiter. Ich zeige euch mal kurz meine eigenen Brücken, weil ich habe hier auch eigene. Ich habe auch schon alle zu viel. Das sind alle meine Levels. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Weil die haben ja auch neue Levels. Oder wollen wir eine Kampagne machen? Oh ne. Aber ich habe auch Kampagnen erstellt. Also wenn ihr in der Kampagne... ...kann ihr es gerne machen? Also wenn ihr in der Kampagne ein Levels machen wollt... Ja, dann müsst ihr gerne... Ach, egal. Warte mal neue. Andere Level. Habe das. Ja. Na. Ja. 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 Na. Komm, zum Abschluss machen wir dieses Level hier noch. Komm, machen wir dieses Level noch nicht fertig. Leute, wenn ihr noch mehr von... ähm... ...dann lasst es mich mit einem Like und Abo. Aber Like und Abo, äh... das, das, das hier immer machen muss. Like, Abo. Das wäre nicht mein... In Zukunft ist noch nicht nur ein PC-Geld. Also ihr seht nur, wenn ihr aufgetrocknet... ...PC-Geld... So. Jetzt haben wir ein Problem. Ah... Ich dachte, es ist so wichtig. Ich dachte, es ist so wichtig. Du hörst mit der Kamera. Wie? Hä? Ah, wahrscheinlich so steil. Das kann aber nicht sein. Das kann der Kamera nicht mehr Möglichkeiten machen. Ich würde sagen, das ist so wichtig. Aber Leute, das ist so schön. Was wir mit dem ersten PC-Game... ...was ich jetzt richtig aufgenommen habe. Ähm... lass mich einen Daumen, ein Abo da und eine Glocke. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde! Tschütsschüö! Es geht rein, Leute. Vielen Dank.